Da zeichnet sich am Horizont etwas Besonderes ab, so lautete die Ankündigung für Komoot Premium. Heute ist Launsch D und ich habe von Komoot die Möglichkeit bekommen, Komoot Premium für dich zu testen. Hallo, ich bin Thomas von Herzer Bergwald, deinem Nummer 1 Komoot Hilfe Kanal. Heute ist Launsch D, Release oder zu deutsch die Veröffentlichung von Komoot Premium. Da habe ich in den letzten Wochen viele Fragezeichen und Wertungen für ein Produkt gesehen, die teils aus Spekulationen und zum Teil aus Fakten bestanden, die schon durchgesickert sind. Ich will für dich Licht ins Dunkel bringen und dir Komoot Premium schrittweise vorstellen. Das soll hier kein Test werden, sondern ein Blick auf die Features von Komoot Premium sein. Diese schauen wir uns als erstes gemeinsam an und anschließend werde ich dir noch deine brennsten Fragen beantworten. Gibt es Komoot nur noch im Abo? Was wird aus deinen gekauften Maps und wie viel kostet Komoot Premium? Und welche Einschränkungen für Premium gibt es im Moment noch? Schauen wir in den Herzer Bergwald Account, so siehst du sofort, das Webinterface im Browser bleibt gleich. Für die Premium Features gibt es einen eigenen Menüpunkt. Auch das App Interface bleibt gleich. Hier wurde das Regionenmenü durch das Premium Menü getauscht, welches in der App aber hauptsächlich zur Info dient. Das erste Premium Feature findest du bereits im Routenplaner. Hier bietet dir Komoot Premium Sportart spezifische Karten an, die ich dir kurz etwas näher zeigen möchte. Für die Sportarten Wandern und Radfahren gibt es in Komoot Premium Sportart spezifische Karten, welche auch in der App angezeigt und gespeichert werden können. Beim Wandern, da klicke ich mal drauf, da sind das europäische Fernwanderwege und überregionale Wanderwege, die hier farbliche kennzeichnet und auch beschriftet sind. Die Schwierigkeitsgrade werden nach der Skala des Schweizer Alpenclubs angezeigt. Für normale Touren, Fahrradtouren und Gravelbiketouren sowie für Rennradtouren gibt es jetzt eine Fahrradkarte, auf der unter anderem die D-Fernradwanderwege und lokale regionale Radwanderwege farblich dargestellt und beschriftet sind. Für Mountainbike und Mountainbike Alpine gibt es jetzt eine Mountainbike-Karte in Komoot Premium, die dir die einzelnen Wege und Trails, beziehungsweise werden dort offizielle Mountainbike-Routen gezeigt und Wege und Trails sind nach Schwierigkeit farblich unterschieden. Eine Unterstützung zur gezielten Nutzung der kennzeichneten Wege beim Planen gibt es leider noch nicht. Du kannst die Karten auch gezielt hier über das Kartenlayer-Menü wie bisher aufrufen. Neben den Standardkarten, die dir bereits bekannt sind, gibt es nun für Komoot Premium die sportartspezifischen Karten, die Wanderkarte, die Fahrradkarte und die Mountainbike-Karte, die du hier entweder manuell auswählen kannst oder aber nachher bei der Auswahl der Aktivität sowieso automatisch die Karte aktiv wird. Eine detaillierte Beschreibung findest du hier in der Legende für die sportartspezifischen Karten. Siehst du hier für die Wanderkarte die farbliche Darstellung, für die Fahrradkarte und für die Mountainbike-Karte. Ebenfalls neu ist die Möglichkeit der Planung von Mehrtagstouren in Komoot Premium. Im Premium-Menü wirst du gezielt geführt. Hier kannst du zum Beispiel aus 150 redaktionell fertig geplanten Touren auswählen, eine bereits geplante Tour in eine Mehrtagestour umwandeln, eine GPX-Datei, die du von extern hast, hochladen und als Mehrtagestour planen oder aber komplett eine neue Tour planen. Du kannst auch im Routenplaner eine Mehrtagestour starten. Plane wie bisher von A nach B. Das zeige ich dir jetzt mal. Ich wähle einfach blind Punkte auf der Karte aus. Und dann siehst du, wenn ich mich hier für eine Tour entschieden habe, ich nehme mal die Wandertour, dann erscheint hier oben ein Menüpunkt Mehrtagestour planen. Hier kannst du jetzt nochmal die Daten zur Tour sehen und hast jetzt die Möglichkeit, die Anzahl der Tage, die du für diese Tour veranschlagst, einzustellen. Das geht von 2 bis 21 Tagen. Du kannst dann über das Einstellen von deinem Fitnesslevel noch die Zeit und die Geschwindigkeit bestimmen. Wenn du das alles eingestellt hast, klickst du auf Weiter. Und jetzt hast du hier die Möglichkeit, siehst du zum einen eine Übersicht deiner Etappen und du kannst jetzt in jede einzelne Etappe hineingehen, kannst sie noch editieren. Die Änderungen wären dann, also wenn du beispielsweise den Endpunkt veränderst oder die Route etwas veränderst, wird das denn für die nachfolgenden Touren mit übernommen. In der Liste der Etappen hast du auch die Möglichkeit, noch eine Unterkunft hinzuzufügen. Hier werden dir dann lokal Orte zur Übernachtung vorgeschlagen. Teilweise siehst du hier Bewertungen aus Yelp oder aus dem TripAdvisor. Diese kannst du dann hinzufügen, aber eine Buchung ist über Komoot nicht, vielleicht noch nicht möglich. So, nach dem Fertigstellen erzeugt dir Komoot aus deiner Mehrtagestour eine Collection. Das bringt uns auch schon zum nächsten Premium Feature. Du kannst jetzt eigene Collections in Form von Mehrtagestouren oder aber von Sammlungen, von Touren oder von Highlights erstellen. Für jede Collection kannst du den Namen und die Beschreibung selbst wählen, ein Titelbild. Für die Collection kannst du ebenfalls aus den Highlights auswählen oder ein eigenes Bild hochladen. Die Collection kann auch geteilt werden und erscheint in deinem Profil. Collections kannst du für geplante und gemachte Touren erzeugen. Das Feature ist übrigens auch in der App nutzbar. Ebenfalls in Komoot Premium enthalten ist die Wettervorhersage oder die Unterstützung bei der Wetterprognose. Dazu gehst du mal ganz einfach in eine deiner geplanten Touren und dort kannst du dir alle relevanten Wetterdaten aufrufen. Ich will mal einfach, ich will morgen losgehen. Natürlich ist es logisch, man kann es nur für die nächsten 46 Stunden, alles andere wäre ja unseriös bei der Wettervorhersage. Ich wähle hier mal 8 Uhr als Start und bekomme jetzt die Wetterprognose für morgen den 27. ab 8 Uhr bis ca. 13.19 Uhr. Das ist quasi die Berechnung, wie lange meine Tour dauern wird. Und ich habe dann alle Daten zur Temperatur, zum Niederschlag, zum Wind und zum Sonnenschein. Ich kann beispielsweise hier auf mehr klicken und bekomme jetzt hier Graphen angezeigt, wo ich sehe, wenn es Veränderungen im Wetter gibt und vor allen Dingen, wann. Hier ist das Höhenprofil im Hintergrund der Karte hinterlegt. Ich kann drüber fahren und sehe dann genau, wann ich wo bin und welche Änderungen gibt es. Das ist für Radfahrer sicherlich besonders interessant hier die Windvorhersage und zwar mit Windrichtungsanzeige auf der Karte. Das Ganze kann man sich auch in der App während der Tour aufrufen. Dort kriegt man dann auch auf dem Bildschirm die Windrichtung während der Tour angezeigt. Und kann dann möglicherweise seine Tour umplanen, wenn die Windrichtung ungünstig ist und die Tour zu schwer wird dadurch. Sehr hilfreich sind die Smart-Tipps, welche dich auf Ausrüstungsgegenstände, wie zum Beispiel eine Regenjacke, wie du das hier siehst, bei hoher Regenwahrscheinlichkeit oder auf die Ankunft im Dunkeln und andere wichtige Faktoren hinweisen, wie beispielsweise starker Gegenwind oder starker Seitenwind. Natürlich stellen sich jetzt durch Einführung von Komoot Premium einige sehr brennende Fragen für dich. Und die möchte ich dir jetzt beantworten. Die erste Frage, natürlich die wichtigste für dich, was kostet Komoot Premium? Komoot Premium soll 49,99 Euro im Jahr kosten. Inhaber des Komplettpakets bekommen einen 50% Discount auf das erste Jahr. Die nächste Frage ist, gibt es jetzt Komoot nur noch als Abo? Nein, die bewährte Version mit Kauf von Paketen wird es weitergeben. Es soll künftig Komoot Maps geben, das heißt, das ist die dir bisher bekannte Version, und Komoot Premium als Upgrade. Eine weitere Frage, was passiert mit meinen Karten, wenn ich Komoot Premium kündige? Alle gekauften Pakete bleiben dein Eigentum. Nach Kündigung von Komoot Premium kannst du diese weiter nutzen. Durch Premium kaufst du aber keine Kartenpakete. Das heißt, kündigst du und hattest vorher keine Kartenpakete, dann ist nach Ablauf des Abos auch kein Kartenpaket mehr für dich verfügbar. Und eine weitere sehr wichtige Frage, wird die Entwicklung an Komoot Maps eingestellt? Nein, es wird weiter Kartenupdates und neue Features für Komoot Map geben. Und eine letzte Frage, gibt es Einschränkungen bei Komoot Premium? Hier muss man sagen, ja. In iOS kannst du vorerst kein Premium aktivieren, aber du kannst dies am Desktop machen. In iOS kannst du ebenfalls keine Mehrtagestouren planen. Auch das musst du dann am Desktop machen, kannst die Touren denn aber auch in iOS als Mehrtagestouren nutzen. Und der Premium-Schutz der AXA gilt vorerst nur für Nutzer aus Deutschland und Österreich. Eine vollständige Anleitung zur Komoot-Nutzung findest du in der Playlist rechts oben. Bei auftretenden Problemen und Fragen hilft dir die Playlist rechts unten. Ich bin Thomas, bis zum nächsten Mal.